So, ich habe jetzt mal nebenbei schon mal mit Frankreich, mit Kanada ein paar positive Aktionen ausgelöst und Irland auch. Alle drei, die möglich waren. Oh, die in Irland durchgeführte diplomatische Aktion, diplomatische Mission ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Irland wollte uns nicht. Ach genau, da fällt mir wieder ein, ich glaube, Bingo hat das im Chat geschrieben. Wir könnten es doch mal mit dem Vereinigten Königreich probieren. Ja, wollten wir letzte Woche und die wollten uns nicht. Das ist so ein bisschen das, was uns jetzt mit Irland passiert ist. Wir hatten versucht, die Jungen aufzubauen und die haben einfach gesagt, nö. Ja. Aber wir probieren es weiter, wir sind da ja nicht so. Genau, wir probieren es weiter. Wir wollen ja die diplomatische Mission werden. Freier Kapitalverkehr zwischen den Blockpartnern ist umgesetzt. Ich mache mal gerade auf Pause. Das heißt, wir haben wieder einen freien Projektplatz und könnten bei der Blockintegration, haben wir jetzt wieder neue Optionen. Also, wir können jetzt auf Handelsabkommen drauf gehen. Das kostet auch wieder 2.100 Aktionspunkte. Das führt dazu, dass wir eine wirtschaftliche Integration in unserem Block plus 10 bekommen. Und BIP-Wachstum des Blocks Neuseeland und Australien plus 0,02%. Das ist gar nicht so schlecht. Also, einfach mal BIP-Wachstum ohne was Negatives. Also, ich würde es jetzt immer so halten. Romy, also fände ich gut, immer ein Block-Dings und eine Sache jetzt im Moment erforschen wir Gymnasien. Wenn das durch ist, machen wir etwas für uns und der andere Projektplatz quasi immer, um den Block nach vorne zu bringen. Ich finde das total gut. Ich merke auch, dass wir immer strategischer werden. Ich glaube, beim ersten und auch beim zweiten Mal haben wir noch so ein bisschen geguckt. Und das lief irgendwie, aber noch nicht so im Sinne von kohärent oder strategisch gedacht. Und ich merke, dass es sich langsam ändert. Dass wir uns auf das Spiel einlassen oder das Spiel sich auf uns, ich weiß noch nicht. Aber das gibt langsam einen Flow. Das finde ich voll schön. Und ja, du hast völlig recht, ich finde das auch gut. Immer einmal Block und einmal für unsere eigene Entwicklung. Ja. Wir können das Handelsabkommen machen, was uns den Boost für das BIP gibt. Was uns, glaube ich, im Moment mehr hilft als grundlegende wissenschaftliche Integration. Würde halt unsere AP... Ich habe zu früh gesprochen. Würde halt die AP-Kosten um 10 senken. Im Moment ist der Unterhalt für den Block 210. Und mit der Aktion wäre der Unterhalt an AP-Kosten nur noch 200. Finde ich auch sehr sympathisch. Also ich... Wissenschaft ist ja eh etwas, was in der Regel nicht auf Nationalstaaten begrenzt ist, sondern quasi fließt innerhalb der Scientific Community. Zumindest in meinem Idealvorstellung. Ja, ich habe es eingeschränkt. Ich gebe es zu. Aber so oder so würde ich das ganz spannend finden, weil das natürlich auch ermöglichen würde, dass es gemeinsame Projekte gibt, dass Forschungsvorhaben bekannter werden und so. Und vielleicht auch eine gemeinsame Finanzierung, gemeinsame Innovationsförderung. Also da kann schon viel daraus entstehen, aus dieser grundlegenden wissenschaftlichen Integration. Ja, das würde ich auch total gerne machen, wenn die AP-Kosten runtergehen. Aber grundsätzlich bin ich ja auch ein Freund von... Immer die Wissenschaft vorantreiben. Das kann nicht schlecht sein. Ich bin gespannt. Also wir können mal kurz gucken, was danach dann kommt. Gemeinsamer Bildungsplan wäre das nächste. Verstärken Sie die wissenschaftliche Integration, indem Sie einen gemeinsamen Bildungsplan einführen. Das können wir im Moment noch nicht machen. Also wenn man aus Deutschland kommt, weiß ich gerade nicht, ob das eher so ein Jubelgedanke ist. So, gemeinsamer Bildungsplan oder eher so, na, bitte nicht. Ja, auf jeden Fall gibt das einen unglaublichen Boost auf den Index menschlicher Entwicklung. Ja, das ist schon gut. Also, das können wir halt noch nicht machen. Mir gefällt das. Ja, dann würde ich sagen... Mir haben die Richtung. Ja, genau. Grundlegende wissenschaftliche Integration machen wir jetzt einfach als nächstes. So, haben wir das nächste Projekt beschlossen. Und das dauert auch gar nicht so lange. 84 Tage. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Irland umgesetzt. Das heißt, wir haben drei Wohlwollenspunkte bei Irland. Immerhin. So, und es ist... Es sind zwei Monate verstrichen. Und wir müssten... Genau. Wir müssten... Es ist, wie gesagt, Beta-Version. Das ist noch nicht alles übersetzt. Wir können jetzt hier um, äh... Ja. Regierungsunterstützung bitten. Und das gibt uns... AP-Punkte. Oh. Achso, ja, genau. Wir haben nur noch 1.300. Australien hat im Moment 5.900 AP. Diese Aktion geht nur, wenn die mehr als 3.000 haben. Die haben mehr als 3.000. Das heißt, wir können das anfragen. Und wir haben leider keine Investitionspunkte oder Wohlwollenspunkte, um das zu boosten. Aber dann nehmen wir das mit 75% Erfolgschance. Wie lange müssen wir warten, wenn das jetzt schief geht? 60 Tage. Ach, komm. 75%. Genau. Und... Wir müssen auch noch warten, bis wir wieder infrastrukturelle Unterstützung machen können. Ähm... Ja. Finanzielle Unterstützung. Aber im Moment haben wir noch... Haben wir noch gute Beziehungen zu Australien. Also... Beziehungen sind 148. Für einen Block brauchen wir mindestens 110. Also... Oh, yeah. Oh, Pupsnase. Hey. Herzlichen Dank für den Follow. Und du bist der... Die 99. Ähm... Menschliche Person oder Kreatur, die hier folgt. Äh... Schön, dass du da bist. Ähm... Finde ich total großartig. Ähm... Ja, und Pupsnase hat uns neulich drüben bei Plötzlich Wissen, äh... Mit ihren vielen Followern, äh... Mal... Nach einem ihrer Streams geradet. Äh... Und deswegen... Und ich hab bei ihr auch schon ein, zwei Mal reingeguckt. Ja, herzlichen Dank, dass du, äh... Hier folgst. Ähm... Freut mich total. So. Diplomatische Aktion. Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Und wir haben 250 Aktionspunkte gekriegt. Es hat funktioniert. Ich versuche noch rauszufinden. Punkt Nummer 1. Banana. Wie jetzt? Also, wie, wir wollen das Bier nicht teilen. Ich teile gerne. Es ist halt nur jetzt gerade nichts mehr da. Und... Ähm... Ich bin heute ein bisschen verrückt. Na gut. Das nehme ich so hin. Als Einschätzung. Feedback. Naja. Merkt man es. Das Bier wollen wir ja finanzieren. Das Bier müssen wir ja finanzieren mit dem, ähm... Wortfindungsstörung. Phrasenschwein. Ja. Mit dem Inhalt des Phrasenschweins muss das Bier finanziert werden. Wenn es, wenn es denn soweit ist, dass... Also, ich freue mich auch schon, wenn wir mit der... Wenn wir irgendwie mit der Pandemie durch sind. Ähm... Ähm... Auch nochmal eine ganz andere Nummer. Vom Rechner in der Kneipe. Vom Rechner in der Kneipe finde ich auch gut. Wir können das auch mit Bier-Tasting verbinden. Also, das kriegen wir hin. Aber wir wollten nüchtern bleiben beim Stream, haben wir irgendwann mal gesagt. Ich habe gesagt, ich will nüchtern bleiben. Du, du... Ich will dich damit nicht... Ich habe gesagt... Ich habe gedacht... Ich habe gesagt... Du hast gesagt, wir bleiben nüchtern. Ne, ich habe gesagt, ich würde nüchtern bleiben wollen. Deswegen trinken wir Kaffee und Wasser. Ja. Aber das ist auch für den Mittwoch immer ganz gut. Okay. Ähm... Kanada. Ja. Investition. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Kanada umgesetzt. Und wir kriegen sogar noch einen Wohlwollenspunkt mehr. Das ist super. Investition in Irland wurde auch umgesetzt. Also hat in Irland nur die diplomatische Aktion nicht geklappt. Und diplomatische Aktion Investition wurde in Frankreich umgesetzt. Das ist gut. Wir haben jetzt also zu allen Staaten, die wir uns rausgesucht haben, eigentlich recht positive Beziehungen. Und Irland werden wir demnächst dann mal wieder unsere Beziehungen verbessern. Oh. Ähm... Rohstoffe aufgebraucht. Ui. Die Lagerstätten fossiler Energieträger in unseren Provinzen neigen sich dem Ende. Ich weiß immer noch nicht, wie man Dunedin ausspricht. Du hast es das letzte Mal erzählt und... Ähm... Dandine, glaube ich. Aber jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Dandine. Dandine, okay. Also wir haben, äh... Wir haben drei Optionen. Fahren wir die Produktion herunter und investieren wir in moderne Bergbau-Infrastruktur. Kostet uns 1000 Aktionspunkte, 2500, äh, Geld. Und Provinz-Rohstoffeinnahmen minus 5. Im Moment trifft uns das nicht hart. Aber wir sind gerade erst wieder aus den roten Zahlen raus. Fahren wir in Bergbau in dieser Provinz komplett herunter. Fossile Brennstoffe haben ohnehin keine Zukunft. Minus 200 Aktionspunkte. Geld minus 100. Provinz-Rohstoffeinnahmen gehen auf 0. Und extrahiert alles, was ihr kriegen könnt. Danach fahren wir alles herunter. Rohstoffe. Einmal 250 Metalle. Provinz-Rohstoffeinnahmen gehen auf 0. Das kostet uns relativ viel Geld und auch relativ viel AP. Arbeitslosigkeit in Neuseeland geht hoch um plus 0,5. Ist im Moment auf 6,19%. Provinz-Unzufriedenheit in, äh, geht auf 10%, ne, sinkt um 10%. Aber wir haben eh 0. Und Provinz-Umwelt-Zerstörung plus 35. Heieiei. Tja. Pest oder Cholera oder, ähm, Pocken. Mhm. Normalerweise habe ich irgendein Bauchgefühl. Aber irgendwie habe ich das gerade nicht mal. Weil wir sind noch nicht so weit, dass wir das mit nachhaltigen Energieträgern irgendwie auffangen können, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Richtig. Wir gucken mal, was denn, ich gucke mal, was, äh, aus, äh, dann, denn kommt. Neun Metalle, Brennstoff zwölf und seltene Erden keine kommen daher. Ähm, weiß nicht, ob das hier jetzt, ähm, die Minus 5, also ich hätte jetzt gesagt, ich, äh, ich lieb Äugle mit der Ersten. Die kostet sehr, sehr viele Aktionspunkte. Das Geld haben wir. Und die Provinzrohstoffeinnahmen gehen runter, äh, gehen um Minus 5 runter, aber dann sind wir immer noch im Positiven. Wenn wir plötzlich alles auf Null kloppen, fände ich das nicht gut. Äh, und das hier extrahiert alles, was ihr kriegen könnt, äh, danach fahren wir alles runter. Puh. Nee. Also das wirklich nicht nachhaltig, also, und auch nicht hilfreich. Also kann man machen, aber dann fährt man eben nur auf kurze Sicht. Und idealerweise ist ja, das habe ich irgendwie die Tage nochmal gelesen, das war irgendwie für mich auch nochmal ganz schön, Politik ist quasi die Aneinanderreihung von einzelnen Problemlösungsfällen. Für heute, und eigentlich machst du die ganze Zeit nichts anderes als Probleme lösen, von denen du noch gar nicht weißt, ob sie da sind oder ob sie überhaupt kommen werden und wie sie aussehen und wie die sich aufeinander auswirken. Und das ist Politik. Und ich finde, dass diese letzte Variante, wir holen da alles raus und nach uns die, äh, die Sintflut, nicht unbedingt für das spricht, was ich gerne möchte, dass unsere Regierung ausdrückt. Ja. Da sind wir uns einig. Und wir sollten, ich denke, aber wie gesagt, es ist noch, es ist für mich auch nicht die perfekte Lösung, aber irgendwie besser als die anderen. Mhm. Also, du meinst das Letzte? Oder? Welches Mal zählt? Nee, nee, das Letzte würde ich, ähm... Ausschließen. Ja, das Letzte würde ich ausschließen. Also, den Bergbau runterfahren kannst du auch machen, aber auch da brauchst du irgendwas danach, weil du hast ja Menschen, die da arbeiten. Also, für alle, die zufälligerweise in der Kohleregion wohnen oder jemanden kennen, der da wohnt. Wenn du einfach die Kohle abschaffst, das kannst du machen, das klingt auch super gut als Schlagzeile, aber du musst halt gucken, was alles an Industrien und an Arbeitsplätzen und an Existenzen dranhängt. Und dann musst du irgendwie es schaffen, auch da wieder eine kohärente Strategie einzubringen, die tatsächlich diesen Wandel schafft. Aber, naja, wir haben uns ja vorhin schon über Verwaltung unterhalten, das dauert halt. Ja, also ich wäre stark für die Erste, auch wenn wir gerade knapp an AP sind, aber immerhin sind wir gerade wieder auf der Plusseite, was die Aktionspunkte angeht. Ähm, deswegen würde ich da 1000 ausgeben und halt unsere Brennstoffeinnahmen mal reduzieren. Wir sind da auch bei plus 60, also ich denke, das können wir uns leisten. Ähm, und ja, unser Umbau sollte eh in Richtung grüne Technologien gehen. Und da haben wir auch schon erste Forschungsprojekte umgesetzt für. Ja. Okay, dann machen wir das mal. Okay, es ist entschieden. Ich würde gerne noch was zum, im Chat kommentieren übrigens dann. Ja. Aber wir können doch erst mal Spenden sammeln. Gucke Fluthilfe, weil wir uns vorhin drüber unterhalten haben. Ja, eine Spendensammlung zur Entsendung von Hilfe, um die Folgen der verheerenden Naturkatastrophe zu bekämpfen. Äh. Affected Targets. Neuseeland? Hatten wir eine Flutkatastrophe, über die ich nicht aufgeklärt wurde? Oder was ist hier los? Ja, zumindest halt... Vielleicht ist es einfach, ähm, die Zahl der Staaten, die angefragt... Sind es die Staaten, die angefragt werden? Ja, das macht keinen Sinn, dass, äh, dieselbe Flut in Neuseeland als auch in Kasachstan, ähm... Der Israel und Polen, also da ist schon so ein bisschen Platz dazwischen. Ja. Ja, da würde ich sagen, wir sind dabei. Ja, na klar. Übrigens auch ein schönes Beispiel, ein aktuelles politisches Beispiel für Unterstützung nach so einer Naturkatastrophe. Vor zwei Wochen, drei Wochen, gab es einen Riesensturm auf den Fidjis, den Fidji-Inseln. Und die Australier haben dann kurz danach angefangen, massive Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Und sind da inzwischen auch mit, ähm, mit humanitären Dienstleistungen vor Ort. Aber keiner, kriegt halt hier keiner mit, dass es auf Fidji so eine Katastrophe gab. Hab ich auch tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich hab's auch nur in den australischen Nachrichten gelesen, insofern war jetzt auch nicht direkte dran. So mit der Fidjianischen, Fidjianisch? Mit den Zeitungen aus Fidji. Fidji, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie das Adjektiv ist. Ich auch nicht. Aber das ist, äh, wir lernen ja. Ich lerne ja regelmäßig dazu, vor allem über die deutsche Sprache. Und ich würde gerne noch zwei Sachen sagen. Ich hab uns nämlich einerseits in was reingequatscht, André, das muss ich dir nochmal offiziell beichten. Okay. Ich hab im Chat geschrieben, dass wir in Stammkneipen kommen, wenn es demnächst vorbei ist. Also wenn man wieder rausgehen kann, ähm... Ich sehe gerade, das heißt dann André und Romy auf Reisen. Und wenn wir schon reisen, dann finde ich, sind die Stammkneipen durchaus der angemessene Ort. Ja, das finde ich auch. Ja, äh... So, also da hab ich uns... Ich, äh, bin ich, bin ich dafür, äh, finde ich, finde ich überhaupt nicht schlecht. Äh, und tatsächlich, ich meine, ich hab jetzt, ähm, notgedrungen, Ähm, hab ich, äh, es ausprobiert, weil ich wohne ja in Brandenburg mittlerweile. Ähm, streamen über LTE funktioniert ganz hervorragend. Und wenn wir dann in Kneipen sind, wenn der Handyempfang einigermaßen passabel ist, warum dann nicht auch den Laptop mitschlüren? Und, ähm, da kann man sich auch was überlegen. Vielleicht ein Stündchen streamen und den Rest machen wir die Kamera aus und quatschen nur so. Aber warum nicht? Warum nicht? Ja, also, ich meine, wenn wir es dann irgendwann wieder können, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wie das ist. Ich auch nicht. Exakt. Also, das ist jetzt irgendwie, es ist jetzt ein Jahr, oh, mit mal mehr, mal weniger. Mhm. Mensch, zwischenmenschlichen Kontakten und Kneipe und so. Und, ähm, ja, und du kommst zurück in deine Heimatstadt, schreibt Belana. Insofern, das passt auch alles ganz gut. Da kommt man auch da mal wieder hin, trifft mal wieder Menschen. Ja. Also, ich finde auch, fände jetzt auch nicht schlecht so, äh, was Pingu vorschlägt. Ihr redet, wir trinken, ist doch ein guter Deal. Äh, warum das nicht, äh, die Dienstagspolitik, ähm, wir haben das jetzt, äh, aufgemacht, äh, äh, als Format auf Twitch, aber es gibt doch auch sicher, man kann das als Format auf einer Bühne machen, dann stellen wir Kaffeehaustischchen dahin, es gibt Bier, und dann quatschen wir zwei Stunden strukturiert in irgendeiner Form über Politik, äh, und dann trinken wir mit. Oder währenddessen trinken wir schon mit euch mit. Wenn es da genug Leute gibt, die da vorbeikommen. Ich freue mich schon auf die wundervollen Möglichkeiten, wenn es wieder Veranstaltungen gibt, wo man sich von Angesicht zu Angesicht, äh, dabei ist. Aber ich glaube, ich werde Twitch jetzt nie wieder in irgendeiner Form, äh, was das angeht, äh, aufgeben wollen, weil das hier macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und man kann viel mehr Veranstaltungen machen. Aber warum nicht, dass wir sowas auch mal live machen? Hätte ich echt Bock drauf. Hey, Edelhack, auch da. Das ist schön. Guten Abend. Hallo, Edelhack. Ja, ich finde, du hast mich da in nichts Schlimmes hineingezogen. Äh, schließlich und endlich ist es ja so, dass wir mit plötzlich Wissen demnächst, oder was heißt demnächst, ähm, wenn es wieder möglich ist und, äh, wir, äh, geimpft wurden, dass wir dann auch wieder durch die Kneipen ziehen und das machen, wofür plötzlich Wissen ursprünglich mal entwickelt wurde, nämlich Wissen über Ozean und Meere, äh, im Gespräch, äh, im direkten Dialog, äh, in Kneipen zu machen. Also, von daher ist die logische Konsequenz, dass wir es mit, dass wir aus dem Twitch-Format Dienstagspolitik irgendetwas wachen, was mit Bier trinken zu tun hat, ähm, ist folgerichtig. Bin ich total bei dir. Und dann könnten wir auch noch so ein Special machen, wo, ähm, wir die beiden anderen Kolleginnen noch mitnehmen und dann versuchen wir, das Thema Umwelt und Ozeane und Klima und Naturschutz, keine Ahnung, mit Politik zusammenzubringen. Ja, das, ähm, äh, tun wir auch schon an ganz, ganz vielen Stellen schon in plötzlich Wissen. Stimmt. Also... Ich höre euch ja dann immer, ähm, einfach, ich höre euch ja dann immer zu. Das ist total schön. Ich gucke gar nicht, was ihr macht, sondern ich habe euch tatsächlich im Ohr und laufe ein bisschen in der Wohnung rum. Also gestern ging es kurz um Tiefseebergbau und das ist jetzt Regelungen, wie es international, mit internationalen Gemässern, eine total spannende Frage. Also, äh, da, da, die, die Politik ist niemals wirklich sehr weit, wenn wir uns über Ozean und Meere, äh, unterhalten. Was ist mit den, mit den Tieren, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Das ist halt, äh, die Politik ist immer ganz schnell, ganz nah um die Ecke. Also, das passt zusammen. So. Ach, so viele neue Ideen, die jetzt hier entstehen. Ja. Ihr seht, wir haben uns zwei Wochen nicht gesehen. Sowas kommt dann dabei raus. Yay. So, jetzt hier, Spendensammlung startet. Die Organisation der Spendensammlung erwartet unseren ersten Beitrag. Wir haben unseren Namen in den Hut geworfen. Es ist also nur fair, dass wir unseren Teil des Abkommens erfüllen. Wenn sie wollen, dass wir dieses Ereignis für uns, äh, wenn sie wollen, dass wir dieses Ereignis für uns entscheiden, dürfen wir nun keine Ausgaben scheuen, um einen denkwürdigen ersten Eindruck machen zu können. Machen wir das Ding groß für 1000? Übertreiben wir es nicht für 500? Bescheidenheit ist eine Tugend 250? Ähm. Hey, niemand hat mir gesagt, dass es so teuer wird. Ja, machen wir das Ding groß, oder? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir kein Geld hätten. Das tut uns jetzt in dem Sinne nicht so wahnsinnig weh. Ja. Ich weiß nur nicht, ob wenn wir das jetzt zu groß machen, ob wir uns dann zu viele Leute ranziehen, die uns dann nicht mögen, weil wir es halt zu groß gemacht haben. So im Sinne von Bescheidenheit ist ja auch eine Tugend. Also machen wir eher so auf die Kacke, oder, ähm, nicht? Ich würde sagen, es geht um Fluthilfe. Ja, genau, es geht um Fluthilfe. Das ist jetzt nicht, also, da würde ich jetzt sagen, da kann man ruhig mal ein bisschen vorgehen. Ich meine, mit, wir sind ein Inselstaat, äh, Empathie und so weiter und so fort. Machen wir das Ding groß, oder? Ja. Wir machen das groß, ja. Okay. Machen wir es groß? Ähm, und ich sehe gerade, Edelhack hat, äh, Kanalpunkte für Physik ausgegeben. Äh, und Romy, äh, und, äh, die zwei, äh, und Horstie hat, äh, random Politiklexikon für Romy gezogen. Äh, willst du direkt mal, Romy? Seite 42. Echt 42? Ja. Ach. Ich lasse mal das Spiel auf langsamen weiterlaufen. Also, die Seite, die Seite, die Seite 42 ist übrigens eine leere Seite, das ist aber vielleicht nicht so schlimm. Ähm, Horstie, wie stehst du denn zu dem grundsätzlichen Thema, die Gesellschaft? Die Gesellschaft, ist das auf Seite 43? Die Antwort, genau, das ist... 42 ist eine leere Seite, ist dein Ernst? Ist es tatsächlich, 42 ist eine leere Seite. Also... Die Antwort auf alles, liebe Menschen, ist eine leere Seite. Ja, das mit der Soziologie der Krückenwissenschaftler, das könnte jetzt eigentlich, eigentlich könnte das mal eine eigene Politikrunde sein mit dem Lexikon. Das ist wirklich eine interessante Frage, weil mein Alter, einer meiner alten Chefs zum Beispiel gesagt hat, dass Politikwissenschaft die Krückenwissenschaft ist, wenn überhaupt, weil er der Meinung war, dass Politikwissenschaft generell keine Wissenschaft ist, weil wir Politikwissenschaftler ja nicht ohne ohne Jura können, wir können auch nicht ohne Geschichte und wir können auch nicht so ohne Soziologie und möglicherweise auch nicht ohne Kommunikationswissenschaften. Aber das ist vielleicht was für den Abend mit André und Romy. In der Zwischenzeit versuche ich auch nach der Seite 42 irgendwas rauszukriegen, weil danach kommt Überschrift und Gliederung, sowas wie Transformation der ostdeutschen Sozialstruktur. Bevölkerungsprognosen finde ich super, weil es schon ein bisschen älter ist, das Buch. Ich würde das mal nach der Pause machen und mir hier einen Bereich raussuchen, der irgendwie ganz interessant sein könnte. 42, die Gesellschaft. Ich finde den Unterpunkt Transformation der ostdeutschen Sozialstruktur recht interessant, insbesondere weil das Buch halt alt ist, also schon ein bisschen älter und es ist ganz spannend, es nochmal drauf zu schauen, wie sich das denn weiter verändert hat. Nach der Pause gibt es, die ich jetzt einfach so anmoderiert habe und ohne natürlich vorher zu fragen, ob wir eine Pause machen wollen, weißt du? Nee, finde ich gut. Ich brauche auch eine kleine Pinkelpause. Ich habe ganz gut Wasser getrunken und das Fläschchen ist leer. Da muss wieder ein bisschen Wasser rein. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Und dann würde ich jetzt mal direkt nach der Pause erstmal die Physik einlösen, wofür Kanalpunkte ausgegeben wurden. Ich kann das immer nur wieder betonen, Kanalpunkte kriegt man einfach nur fürs Zugucken. Und mittlerweile hat Horst hier im Chat auch mal geschrieben, es gibt für 5 Minuten Zugucken 10 Kanalpunkte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube schon. Und Edelhack hat 300 rausgehauen, damit ich was über Physik erkläre. Und weil ich den Edelhack schon lange kenne, weiß ich, dass der total gerne mal einen Random Link oder einen Random Link zu einem Video gerne mag, warum ich jetzt über die folgende Physik spreche. Das hier ist ein Video vom Channel CGP Grey. Das ist ein total toller Channel, wie ich finde. Und das Video heißt Hexagons are the bester Gons. Das könnt ihr euch später mal angucken. Jetzt vielleicht nicht. Ich wollte was über Hexagons erzählen, aber nicht zwangsläufig über all das, was in dem Video vorkommt. Das ist total schön gemacht. Aber ich wollte über den Hexagon sprechen. Es gibt nämlich einen Wirbelsturm, der heißt Hexagon. Der befindet sich am Nordpol des Saturn. Der ist sechseckig. Der ganze Nordpol des Saturns ist bedeckt von einem riesigen Wirbelsturm. Der hat einen Durchmesser von etwa 8000 Kilometern. Und wir wissen nicht warum. Also, es gibt mehrere Erklärungsansätze. Also, der Saturn ist erstmal ein Gasriese. Das heißt, man kann nicht wirklich sagen, wo eine Oberfläche beginnt und wo die Atmosphäre anfängt. Der Saturn besteht zu großen Teilen aus Gas. Ich kann mal kurz, gibt es hier irgendwo eine Zusammensetzung? Genau, also Hauptbestandteile sind Wasserstoff 96%, Helium 3%, Methan 0,4%, Ammoniak 0,01 oder 0,02%. Das ist die Zusammensetzung. Und durch die unglaubliche Masse des Saturn, der Saturn ist deutlich größer als die Erde, also er ist riesig, herrschen unterschiedliche Drücke. Und der Wasserstoff wird immer weiter zusammengepresst. Und es gibt halt irgendwo einen Übergang vom molekularen Wasserstoff hin zu einem sehr interessanten Bereich, wo es nämlich metallischen Wasserstoff gibt. Das heißt, dort ist er nicht mehr wirklich ein Gas. Der Druck ist dort so hoch, dass man quasi Wasserstoff bekommt. Und dieser Wasserstoff hat metallische Eigenschaften. Also, er leitet auch, kann Magnetfelder erzeugen. Sowohl Jupiter als auch Saturn, die beiden großen Gasriesen in unserem Sonnensystem, haben auch starke magnetische Felder. Von einem Planeten, die erstmal größtenteils aus Wasserstoff bestehen, ist das erstmal verwunderlich. Aber wenn man weiß, dass es die Phase metallischen Wasserstoff gibt, dann ist es das plötzlich nicht mehr, weil der kann auch magnetische Eigenschaften besitzen. Es wird vermutet, dass der Saturn einen Kern aus Gestein oder aus Eis hat. Aber der metallische Wasserstoff ist jetzt auch nicht mehr wirklich ein Gas. Das heißt, es gibt irgendwie einen fließenden Übergang zwischen Atmosphäre und Oberfläche. Und man kann nicht wirklich von einem Kern oder von einer Planetenoberfläche reden beim Saturn. Sonst würde er auch nicht Gasriese heißen. Und am Nordpol gibt es diesen 8000 Kilometer durchmessenden... Quatsch, nicht 8000. 25.000. 8000 ist nur der Gegenspieler auf der Südhalbkugel, der das hexagonale, also der sechseckige Wirbelsturm auf dem Nordpol des Saturn, hat 25.000 Kilometer Durchmesser, ist sechseckig und man weiß nicht genau warum. Was auch total spannend ist, auch weswegen man auch ganz deutlich weiß, dass der Saturn ein Magnetfeld hat, ist, der Saturn hat auch Polarlichter. Das heißt, über diesem riesigen Wirbelsturm, der 5-6 Mal größer ist als die Erde, kann man auch Polarlichter in der noch leicht durchsichtigen Atmosphäre, also auf jeden Fall, soweit wir gucken können, kann man über dem Saturn beobachten. Es gibt Ansätze, weswegen man meint, warum der Wirbelsturm sechseckig ist. Aber das ist alles sehr spekulativ. Es hängt wahrscheinlich mit Magnetfeldern zusammen. Man weiß es aber noch nicht. Das ist eins der ungeklärten Rätsel. Es ist total abgefahren. Geht mal auf Wikipedia, da gibt es ein Video davon. Im Infrarotbereich kann man den Wirbelsturm sehr, sehr gut beobachten. Man muss ihn halt mit Sonden beobachten. Wir können es nicht direkt mit dem Teleskop sehen, weil wir da nicht auf den Nordpol gucken können. Aber das ist meine Physik, die mit hexagonalen Strukturen zu tun hat. Es gibt einen Wirbelsturm in unserem Sonnensystem, der riesengroß ist und sechseckig und auf der Nordhalbkugel der Saturn vorkommt. Und es gibt ein tolles Video und ich hoffe, Edelhack freut sich über den Link. Den Kanal kann ich auch nur empfehlen. Ich mag die Videos, die er macht, wahnsinnig gerne. Und Hexagons are the bester Gons ist ein sehr, sehr schönes Video. Und das war die Physik für heute. Und jetzt ist Romy dran mit der Politik. Nicht bevor ich die Frage von Pingu im Chat noch weitergeleitet habe. Nämlich, ist denn nicht auch die Sonde Cassini in den Saturn geflogen? Ja, also die Sonde Cassini war gestartet in den späten 90ern, frühe 2000er, irgendwie sowas. Hat lange den Saturn erforscht, auch seine Monde. Hat auch eine Lander, also die Huygens-Sonde auf einem Saturnmond abgesetzt. Und quasi als End of Life war, weil die Cassini-Sonde hatte eine Radionuklid-Batterie und keine Solarzellen. Das heißt, sie wurde durch Plutonium betrieben. Nicht durch den Kernreaktor, sondern durch die natürliche Erwärmung der Radioaktivität des Plutoniums, die passiert durch den radioaktiven Zerfall. Daraus wird Strom erzeugt. Und irgendwann wäre Cassini quasi in einer Umlaufbahn um den Saturn geblieben und wäre nicht mehr ansprechbar gewesen mit radioaktivem Material. Da wir uns nicht sicher sind, dass nicht vielleicht doch auf einem der Saturnmonde vielleicht sich Leben, wenn es auch nur bakterielles Leben ist, entwickelt haben könnte. Gibt es schon seit einiger Zeit tatsächlich ein politisches Abkommen, dass man keinen Müll, keinen verseuchten Müll im Weltraum zurücklassen soll, wo eventuell Leben entstanden sein könnte. Das heißt, was man gemacht hat ist, wo man noch weiß, dass Cassini voll funktionsfähig ist, hat man die Umlaufbahn immer näher an den Saturn rangebracht, sodass das Cassini langsam in die Atmosphäre eingetreten ist. Und man hat quasi die Antenne Richtung Erde gerichtet und hat während des Eintritts in die Atmosphäre versucht, alle möglichen Daten, die man über die Atmosphäre, weil wir hatten noch keine Sonde, die in der Atmosphäre des Saturn war, alle möglichen Daten daraus zu bekommen. Aber das Endergebnis war halt, irgendwann ist der Widerstand des Gases in der Saturn-Atmosphäre so hoch gewesen, dass Cassini verglüht ist. Aber sie hat bis zur letzten Sekunde ihrer Existenz die spannendsten und aufregendsten Daten an die Erde geschickt. Und da Cassini eine NASA-Mission war, sind alle diese Daten in der Public Domain. Und wenn ihr Bock darauf habt, müsst ihr einfach auf nasa.gov gehen und könnt euch tatsächlich von diesem gloriosen Tag, der letztes Jahr war, ich glaube Anfang letzten Jahres oder Ende 2019 sogar schon, kann man sich die Rohdaten der Sonde tatsächlich angucken. Und ganz viele Wissenschaftler haben darüber schon Veröffentlichungen geschrieben. Superspannend. Ja. Das war die Physik für diesen Moment. Und ich fand es gerade schön, du hast gesagt, dass die Sonde irgendwie Ende der 90er, 99 glaube ich, gestartet ist. Ja. Ich gucke mal gerade nach. Und das Buch, was hier vor mir liegt, ist auch tatsächlich schon ein bisschen älter, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und das ist aus dem Jahre 1900. Die Grundlagen haben sich allerdings nicht geändert. Vor allem nicht in den Dingen, die ich euch erzähle. Deswegen ist das jetzt an der Stelle nicht so wahnsinnig dramatisch. Sonst habe ich die Sachen immer digital, aber das überfordert meinen Rechner. Deswegen bleibe ich beim Buch. Und was hier an dem Text ganz spannend ist, Pingu hat gesagt, Seite 42, Seite 42 war leer. Und auf Seite 43 stand die Überschrift, Seite 44 war wieder leer, Seite 45 Grundlagenliteratur, Seite 46 Gliederung. Insofern kann ich nicht bei 42 anfangen, sondern es ist nicht Seite 97, es ist die 47, wo tatsächlich das erste Mal inhaltlich was steht. Und zwar geht es um den Bereich die Gesellschaft. Wir haben uns ja vorhin kurz über Verwaltung unterhalten. Also wie kann man das alles so strukturieren, dass der Laden in diesem Staat läuft, auf allen Ebenen. Und eine ganz andere Perspektive ist natürlich die Gesellschaft, in der wir uns alle so bewegen. Und hier benutzt der ehemalige Chemnitzer Politikprofessor, ich glaube Chemnitz war er früher, Heinz Sahner den Begriff Sozialstruktur, um das zu beschreiben. Und da geht es jetzt nicht irgendwie darum, in Klassen zu denken oder in Einkommenslagen, sozialen Schichten oder sonst irgendwas, sondern alles, was die Lebenslagen von Menschen so prägt. Das kann die Bildung sein, es kann regionale Unterschiede sein, je nachdem, wo man herkommt. Es kann die Bevölkerungszusammensetzung sein, es kann Erwerbstätigkeit sein und Lebensstile. Also die Dinge, die euch so wichtig sind oder die den Menschen so wichtig sind. Und all das prägt unsere Gesellschaft und die ist vielfältig. Und vor allem auch vielfältig geworden in den letzten Jahren. Und dann überspringe ich nochmal zwei Seiten, weil es hier einen Bereich gibt, den ich recht entspannt finde, den ich recht spannend finde und den ich vorhin auch schon anmoderiert hatte. Und das ist die Transformation der ostdeutschen Sozialstruktur. Und ich habe den deswegen rausgesucht, diesen Bereich, weil er erstens zu einem Thema passt, was bei uns auch im Stream immer wieder auftaucht. Also wir kommen immer mal wieder zu so einem Ost-West-Thema oder so, ach verrückt, wie war das denn bei euch, bei dir? Ich glaube, wir haben schon, ich habe meinen Impfausweis, meinen alten schon gezeigt und Horst, die hat auch schon lustige Geschichten von damals erzählt. Und hier ist ein Beitrag drin, den ich jetzt so aus Perspektive 20 Jahre zurück ganz spannend finde. Nämlich auf das zu gucken, was meine Elterngeneration oder eure Elterngeneration, falls ihr denn aus den neuen Bundesländern kommt, so erlebt haben. Und um was es geht, ist der Transformationsprozess, der nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik eingeleitet worden ist. Also wie schafft man das eigentlich, wenn da so ein zweiter Staat dazukommt, dass es dennoch gleichwertige Lebensbedingungen gibt? Also vorher, ich glaube, bis 1994 stand auch noch gleiche Lebensbedingungen drin, das wurde dann zu gleichwertig. Und auch der Institutionenwandel, der damit verbunden war. Und hier ist ein Satz, den fand ich super interessant und den will ich euch mal kurz vorlesen. Mit dem Institutionenwandel ging ein radikaler Wandel der Verhaltensanforderungen an die Individuen einher, wie man ihn sich drastisch genug im Westen kaum vorstellen kann. Das Geflecht der Beziehungsmuster zwischen Handelnden und ihrer Eigenschaft als Rollenträger wurde neu definiert. Die daraus resultierenden psychosozialen Probleme kann man als Außenstehender höchstens erahnen. Und diesen Satz habe ich deswegen ausgesucht, weil wir uns ja auch immer wieder über Demokratie unterhalten. Und was ist Demokratie und was braucht Demokratie, damit es funktioniert? Und die große Herausforderung, die demokratische Staaten haben, ist, dass sie auf dem Konsens der Bürgerinnen und Bürger beruht. Das heißt, auf der einen Seite, dass sie beispielsweise auf Gewalt verzichten. Es heißt beispielsweise, dass es freie, faire Wahlen gibt, dass es geordnete Prozesse gibt, dass es rechtsstaatliche Prinzipien gibt, die aber alle auch gelebt werden müssen und die anerkannt werden müssen. Und während es Staaten gibt, in denen sich diese demokratischen Grundprinzipien über Jahrhunderte entwickelt haben, also wenn wir beispielsweise, keine Ahnung, wenn wir mit der Magna Carta 1215 anfangen würden, im Vereinigten Königreich, haben wir wirklich Jahrhunderte, in denen sich das entwickelt hat. Und andere Staaten, wie Deutschland, bei denen das aus der Erfahrung heraus entstanden ist und dann auch noch so unterschiedlich. Also die bundesrepublikanische Geschichtsschreibung ist einfach an der einen oder anderen Stelle eine andere, als wenn man Geschichtsbücher der früheren DDR guckt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, es sind einfach unterschiedliche Systeme. Und das prägt natürlich aber die Menschen, die in diesen jeweiligen Systemen groß geworden sind. Und diese Prägung nennt man politische Sozialisation. Daraus wird die politische Kultur. Und das ist nichts, was von heute auf morgen entsteht. Und das ist auch nichts, was von heute auf morgen verschwindet. Aber es braucht halt immer wieder Menschen, die davon überzeugt sind, dass in dem Falle Demokratie und demokratische Grundsätze der richtige Ansatz sind. Aber es dauert und es ist anstrengend. Das war mein random Politiklexikon. Vertraue und glaube, Untertitelung des ZDF, 2020